Wieso diese drei Outfit-Tipps dich in dein Kleid sofort schöner und schlanker aussehen lässt, verrate ich dir gleich. Doch zuvor noch der Hinweis in den Video-Infos und in der Beschreibung verrate ich dir, wie du das Kleid bis zu 87% günstiger erhalten kannst. Und jetzt schau dir in aller Ruhe die drei Outfit-Tipps an mit den ganzen schönen Accessoires, die dir zuvorstelle. Und somit klicke jetzt hier oder unterhalb vom Video und sei überrascht, wie wunderschön dieses Outfit ist. Klicken! Klick jetzt unterhalb vom Video, da erwartet dich wirklich ein Outfit, was du lieben wirst. Okay, letzte Chance. Schau dir jetzt das Outfit mit dem Kleid an und ich verspreche dir, zusätzlich zu den Sale habe ich noch eine spannende Überraschung für dich. Schau dir jetzt das Outfit mit dem Kleid an und ich verspreche dir, zusätzlich zu den Kleid an und ich verspreche dir, zusätzlich zu den Kleid an.